Es sind kurz vor den Feiertagen und normalerweise die Investoren haben ihre Gewinne in trockene Tücher und diejenigen, die kurzfristig versuchen, irgendwas aus dem Markt rauszuholen, werden meistens nicht viel erreichen können. Mein Name ist Nazila Jafari, heute ist 28. März mit einem Donnerstag-Update, weil am Sonntag eben Feiertag ist und ich werde wahrscheinlich nicht mit Sonntags-Update rauskommen. Heute wollte ich euch ein ganz kurzes Markt-Update aufnehmen, diesmal natürlich wieder mit der Kamera. Warum? Weil ich eigentlich an mir versprochen hatte, dieses Video irgendwann mal aufzunehmen und heute habe ich mich zusammengerafft, um dieses Video aufzunehmen und aufgenommen. Es ging ja um meine Positionen, die wir oft hier auf diesem Kanal besprochen haben, für die Investoren und für den Trader im Jahre 2022 und Anfang 2023 teilweise mit drei Videos in der Woche und danach halt eben, ich habe mich aufgerafft, zumindest mal seit Ende August, September, zumindest mal die Abwärtsbewegung mitzuteilen und die Aufwärtsbewegung mitzuteilen. Amir wollte unbedingt, dass ich diese Positionen dokumentiere und er wollte sehr, sehr gerne zeigen, denn Investor zu sein oder Trader zu sein, hört sich immer viel einfacher an. Besonders Investor zu sein, hört sich einfacher an, als tatsächlich was ist. Das heißt ein Investor oder nicht möchte gerne Investor, wisst ihr, wenn man hinterher mit Nvidia jetzt glänzen möchte, dass der Nvidia so und so gelaufen ist und man hätte können da und da natürlich sehen, das kann ehrlich gesagt jeder. Das ist nichts was Besonderes, das kennen wir und ehrlich gesagt, ich sage es zu den Bauernfängern, ich bin selbst woanders Kunde und ich möchte es nicht, dass man hinterher irgendwas mir erklärt, sondern wenn man kann, sollte man zeitnah, beziehungsweise am besten vorher einem erklären, dass man auch selbst davon profitieren kann. So, Amir wollte, dass ich das mache und ihr wisst ja, wir haben auf diesem Kanal oft dokumentiert und kommuniziert und ich habe im Jahre 22 bzw. Ende 21 mit diesem Abwärtsbewegung bzw. mit diesem Chart, die ihr jetzt hier eingeblendet wird, habe ich, um nicht Falsches zu sagen, genau am 7.6.22 habe ich dann sozusagen die Abwärtsbewegung gezeigt und habe gesagt, wir gehen auf jeden Fall mit dem Markt dahin. Ich habe, wie ihr seht, zwei großen Pfeile gezeichnet und seitdem bin ich in diesen Markt reingekommen, also als Investor Long, also wenn du Investor Long bist, musst du eigentlich wissen, auf welchen Bereichen musst du kaufen und wenn du das nicht weißt, dann wirst du entweder im Minus laufen oder eben lange, lange Zeit dann wieder warten müssen und das ist ehrlich gesagt nicht und ich habe oft hier wiederholt, das was wir wollen. Genauso wie der Nasdaq auch der Fall ist, habe ich immer wieder auf diesem Kanal dann mitgeteilt. Dann kam es natürlich wieder der Korrektur im Jahre 23 und der Korrektur haben wir, wie gesagt, im September bzw. August dieses Jahr, letztes Jahr besprochen und am Anfang eben November bzw. 29. Oktober habe ich euch dann diesen Aufruf mit dem Long gegeben. So, ich habe zwei Positionen und warum ich jetzt hier darüber bespreche und Amir hier in meine Rede reinbringe, weil er wollte diesen Long, weil ich habe darüber gesprochen gehabt, immer wieder mit ihm und wie gesagt, als Sicht ein Investor, als Sicht einer Vermögensverwaltung bzw. du solltest ja dein Vermögensverwalter sein, solltest du wissen, wann musst du investieren, wann wird der Markt korrigieren und wann kannst du wieder investieren, wenn die Wahrscheinlichkeiten da sind. Wenn nicht die Wahrscheinlichkeiten da sind und wenn du den Markt nicht einschätzen kannst, dann bringt es dir überhaupt nichts zu sagen, ich bin langfristiger Investor. Streuen und solche Aussagen bin ich immer wieder und sage ich immer wieder, bin ich komplett dagegen, denn ich zeige meine Investoren, ich zeige meinen Absolventen, wenn du guter Investor sein möchtest, wenn du wirklich aktiv oder passiv dein Depot managen willst und glaube mir, wir haben ja meiste Absolventen auf unserer Plattform, Unternehmer, Selbstständige und Leitende Angestellte, die alle einen Vollzeitjob und viele, viele, viele Angestellte haben und eigentlich gar keine Zeit haben, für ständig sich auf diesen, keine Ahnung, vor den Monitor zu setzen. Also wenn ich sage, ich bin im 2022 hier investiert und ich habe immer wieder meine Kontoauszüge gezeigt und auch als letztes gezeigt, dass diese Positionen seit 2022 immer noch auf meinem Depot sind. Natürlich habe ich dann, nachdem ich diesen Pfeil gezeigt habe und diesen 11.950 als maximale Ziel, natürlich habe ich auch massiv teilweise gegen meine Positionen gehadget. Ich bin eben Vollzeitinvestor, das heißt, ich muss wissen, wo ich an anderer Seite wieder Cashflow rausziehe und wo muss ich wieder in meinen Richtungen Gas geben. Diesen Gas geben im Depot ist immer wieder mit Kontrollprozessen verbunden. Also das heißt, wenn ich im November, wenn ihr den November anschaut, ich habe im November auch nicht einfach mal meine Positionen reingestellt und gegangen. Eigentlich habe ich, wenn man die Aufzeichnungen von meinen Absolventen hört, dass ich am Ende Oktober gesagt habe, normalerweise gehe ich in der Situation, wie unser Plan ist, gehe ich long und bin ich in Urlaub. Nur dieses Jahr werde ich nicht in Urlaub gehen, also ich bin mit euch da. Normalerweise ist aber relativ ungefährlich. Das heißt, man hat einmal Stopp und wird diese Position eingehen. Und eigentlich muss man nicht besonders was machen, wenn man ja da ist, glücklicherweise. Dann kann man Kontrollprozess eingehen. Und natürlich, wenn man da ist, dann darf man auch neben konservative Positionen, also Positionen, die langen Zeit laufen sollen, ohne dass man die jeden Tag beobachten kann, auch Spekulative eingehen, was ich alle auch eingeladen habe dazu. Wie gesagt, kann man mich ja festbinden. Ich habe zumindest mal Aufzeichnungen. Also kurzfristig in Spekulative reingehen, Spekulative absichern und Cashflow immer wieder rausholen. Und wir sehen ja, dass es diesen November gar keine Chance der Markt gegeben hat. Genauso nach meinen 11.950, als das Ziel erreicht ist, auch der Markt relativ ratzfatz nach oben gegangen ist, hat da ein bisschen mehr, mehr sogar sich dagegen gewehrt als jetzt. Aber das hat auf jeden Fall sehr, sehr lukrative, spekulative Positionen auch gegeben. Das heißt, man geht beide diesen Positionen ein, muss man nicht ständig vor dem PC sein, ob du Trader bist oder Investor bist. So, und wie viel Zeit brauchst du dafür? Eigentlich ein paar Stunden wirklich in der Woche. Wenn du solche Positionen eingehst, ob in Bayern holt ist oder Sellen holt, du musst nicht ständig am PC sitzen, du musst nicht ständig, du musst ab und zu kontrollieren. Natürlich, um zu lernen, um zu lernen, die Methode, dass du halt diese Sicherheit hast. Und das ist für mich als Börsianer ein ganz wichtiges und ganz großes Wort, Sicherheit zu haben. Natürlich, bis du diese Sicherheit gewonnen hast, dauert ein paar Monate. Aber danach, ich hänge auch nicht ständig am PC. Ihr habt ja mitbekommen, was ich letztes Jahr gehabt habe. Das war schlimm zur Zeit meines Lebens und ist immer noch. Aber als ich der Investor und als ich derjenige, die Verantwortung auch für die Investitionen hat, dann, weil es mein Beruf ist, dann habe ich auch in der Zeit immerhin fünf Minuten irgendwann mal die Muse und die Zeit, einfach meine Position anzuschauen. Und ich habe meine Arbeit ja dafür getan gehabt, um nicht großartig, mein PC hat sich gemeldet, wieder mal, das ist der Börsianer PC, das er immer wieder, wenn irgendwas ist, meldet er sich. Also, ich habe selbstverständlich dann nicht ständig am PC geholt, sondern wusste, habe meinen Limits dann eingegeben, dass der Markt, dass der Böker mich eben mit solchen, mit solchen Blink, Blink dann eben benachrichtigt. Und da kann ich ja in Ruhe und ohne jetzt rennen zu müssen, am PC zu gehen und schauen, okay, muss ich meine Position hatchen oder nicht. Komme ich jetzt zurück und ich habe in der letzten Tag, also gestern in meiner Story, noch einmal alle Kontoauszüge gezeigt. Ich habe gar kein Problem, meine Positionen zu zeigen und nicht darüber reden. Also, A, rede ich immer hier vorher darüber, dass ihr vielleicht auch ein bisschen profitieren könnt, wenn ihr die Prozesse habt. Und B, zeige ich immer hinterher, das sind genau die Positionen, welche ich darüber gesprochen habe. Also, ihr habt gesehen, ich bin in S&P Long, in Dow Long, in DAX Long und in NERSTEC Long. Also, die sind die langfristigen Depots, ich sage, kurzfristigen habe ich alle geschlossen gehabt, das habe ich auch mitgeteilt. Und es gibt seit November, also kurzfristigen, sage ich, nach Januar 2024, die habe ich vor ein paar Wochen geschlossen, habe ich auch hier auf dem Kanal mitgeteilt. Möchte einfach mal meine Ruhe haben, wenn denn Long ist, auf dem Day oder Day Swing nehmen wir auf der rechten Seite gerne mit, weil mein System ziemlich präzise sowas sagt. Das habt ihr auch in der letzten Sonntagsupdate gesehen. Nachher zeige ich euch ganz kurz nochmal, bevor wir diesen Video zu Ende bringen. Also, was ich an mir versprochen habe, ist diese Dokumentation, diese Dinge vorher hier auf dem YouTube-Kanal zu besprechen und vorher auch nochmal, also zeitgleich auch nochmal meine Positionen eingehen. Ihr seht ja, diese Videos mit dem roten Pfeil, wie gesagt, nach unten und der Positionen, die ich eingegangen bin und alles, was ich November 23, Januar 24 gesagt habe. So, und jetzt die Ankündigung, ich habe in der Story, wie gesagt, Nasdaq 18.700 habe ich vorletzten Sonntagupdate gesagt, hier in diesem Bereich mache ich zumindest mal wenig Spaß. Ich hätte gerne meine Gewinne abgesichert bzw. realisiert, also nicht alles, wir realisieren nicht alles, wir hedgen dagegen. Das heißt, wir nehmen die Gewinne raus, also Cashflow wieder generieren und dagegen auch nochmal zu hedgen. Man schließt halt eben als Sicht der Investor erst dann die Positionen wirklich, wenn ihr von mir kennt, wenn es Jahre 21 ist, wie Jahre 21, ich habe komplette Longpositionen geschlossen gehabt und bis zum Oberkante auch geshortet. Also da war ich short, da war ich nicht hedged, da war ich tatsächlich short, aber die ganze Zeit, wie gesagt, letztes Jahr war meine Longpositionen gehedged. Und wenn ihr Lust habt, gerne könnt ihr mal die Videos am Anfang 22 dann anschauen, habe ich sehr oft über Shortselling und Hedging auch gesprochen. So, wir stehen im Markt in einer Situation, die sehr gefährlich wird. Es ist nicht 1960, zumindest mal ist der Anzeichen damit noch nicht da, für mich nicht. Es ist auch nicht direkt die Jahre 22, wisst ihr, 12. und 13. Februar habe ich sogar eine ganz, ganz große Korrektur. Auf dem Präzise und fast auf dem Punkt, wo das, obwohl mir egal war, wollte ich nicht. Aber die haben wir hier vorher besprochen und mit ruhiger Hand auch, weil ich ja drin war und genügend auch diese Positionen verwaltet hatte, genügend auch in ruhiger Hand auch hier auf dem YouTube besprochen. So, ich will ja nur sagen, wir stehen in einer Situation im DAX, Nasdaq und Co., wo relativ gefährlich ist. Relativ gefährlich für was? Zumindest mal für eine Korrektur. Wir stehen vor den Feiertagen, das heißt, wir werden ein paar Tage Feiertage haben. Meine Empfehlung, ihr könnt machen, wie ihr wollt, meine Empfehlung, zumindest mal für mich selber ist, die Positionen auf jeden Fall so sicher zu haben, dass es mir nicht wehtut. Das heißt, ich habe die Positionen seit 14.600, 700 geschlossen, genau deswegen, weil ich seit genau diesem Bereich 11.200 schon long bin und die wird auch bleiben. Also, das heißt, ich habe diese rechte Seite Positionen schon diese Woche alle geschlossen und sollte es long sein, werde ich dann auf der Zwing, long eben auf der rechten Seite mitnehmen. Wenn ich die sehe und wenn nicht, bin ich immer noch long genug. Ich will aber nur sagen, dass das meistens an solchen Feiertagen die Wahrscheinlichkeit ganz groß wird, dass der Markt dann mit einem Gap in eine oder in andere Richtung aufmacht. Also, das heißt, das soll nicht für euch die Überraschung werden, liebe Shorties und liebe Longies. Wenn es geht, wenn ihr in einer oder anderen Position seid, tut mir leid, für die Shorties kann ich ja nicht zumindest mal sagen, zumindest mal außer diejenigen, die in Intraday heute irgendwas gemacht haben, das ist ja immer noch immer mal machbar, aber es wird ratsam, dass man über Wochenende oder über die Feiertage wirklich in aller, aller, aller Ruhe reinkommt. Ja, also nicht so großen Positionen hat, nicht einfach mal mit Herz rasen, weil meiner Erfahrung nach wird es also ein Gap in eine oder andere Richtung sehr wahrscheinlich werden. Ob das gibt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ihr müsst einfach mal aus dem Wahrscheinlichkeitstrader, wie ihr ja alle seid oder Investoren, müsst ihr davon ausgehen, dass es solche gibt. Also einfach mal euch dafür wirklich jetzt und heute ein bisschen Vorsorge trifft und macht eure Positionen so sicher, dass es nicht passiert, wenn ihr in Hedgepositionen reingegangen seid oder wie auch immer, einfach mal alle die gut absichern oder die Positionsgröße entsprechend auswählen. Okay, also wenn ihr im Long sein, wirklich der Markt ist in einer Phase, es ist, Korrektur ist auf jeden Fall kein Hexenwerk momentan und deswegen habe ich gesagt, für mich gestern Abend, also am Donnerstagabend am 27. März 24, dass ich meine rechte Seite Positionen schließe, alle meine Nasdaq Positionen und S&P und Dau Positionen maximal die Gewinne mitgenommen habe und sehr, sehr, sehr engen Stopp gesetzt habe. Also das heißt, ich bin nicht mehr bereit, in eine andere Seite Gap reinzugehen, also müsst ihr dafür vorbereitet sein. Lass uns mal ganz kurz auf dem Desktop euch zeigen und das ist zumindest mal mein Genugtuung, meinen Beweis, wenn ihr sagt Investment oder Trader. Viele sagen zu uns, ihr seid Trader. Ich sage immer wieder Investment und eine erfolgreiche Investment fängt immer klein an. Wenn du von Details keine Ahnung hast, dann hast du von Investment gar keine Ahnung. Hinterher, wie gesagt, über Nvidia und Po und Co zu reden, das kann jeder, es ist kein großes Kunstwerk. Es ist wichtig, dass ihr drei, vier Werte habt, vier Werte habt, drei, vier Aktien habt und Perfektion euch damit auskennt. Ich werde über diese Sache auch in der Zukunft reden. Ich werde auch mein Apple, Tesla und so weiter zeigen, wie ich in den letzten Tagen immer wieder auch in der Story gezeigt habe. Alle Markte ist long, meine Apple Short bleiben drin und wann ich reingegangen bin, warum ich die reingegangen bin. Wir sehen uns gleich am Desktop. Bis gleich. So, um ganz kurz zu machen, hier ist es der Big Picture, die viele, viele von euch kennen. Also, ich habe das, was ich gesprochen habe. Einmal ist es diese Position, die ich seit Ende September, Anfang Oktober dann als der Musstil erreicht ist. Das Musstil habe ich ja bereits an diesen Pfeilen dann bekannt gegeben. Dann den Long eingegangen bin und wie gesagt, die Datum sind ja alle hier in den Chart geschrieben. Das könnt ihr sehr gerne dann einfach mal die Videos anschauen. So, diese Position wurde dann irgendwann mal gehadget und massiv gehadget, nämlich da, wo dieser an der Mauer gekommen ist. Und dann wieder im Oktober, November 2023 nachgekauft. Nachgekauft einmal und nachgekauft zweimal im Long und die sind beide, also die hier ist es, deswegen den Balken. Die habe ich dann im Bereich von alten Kontraktion um den Bereich 17.900, 18.000, wie auch immer. Es spielt keine Rolle, so ungefähr in diesem Bereich verkauft. Das habe ich auch mitgeteilt und einfach meine Ruhe zu haben, weil den Gasindepot wollte ich nicht mehr wirklich halten. Diese Position wurde dann am 27.03. verkauft. Also komplett glattgestellt, dann habe ich von sozusagen 14.700 von Ende Oktober 2023 keine Positionen mehr. Die einzige Long, der in meinem Depot noch vorhanden ist, ist unseren guten alten 11.878 in Future, beziehungsweise das, was ich hier im Chart dann gezeichnet habe. Also meine Positionen sind von diesen roten Linien. Okay, die bleiben noch im Depot, aber wird massiv immer wieder gehadget. Also für mich, wie ihr seht, frisst ihr auch kein Brot mehr, also die habe ich mit mehrfacher Long und mehrfacher Hedge Positionen hier und da ordentlich dagegen gehalten und Cashflow generiert, um Positionen auch ordentlich nachzukaufen. Also das heißt, für mich macht diese Position keine Ärger mehr. Das heißt, das kann bleiben, bis zum, also ob der jetzt wirklich dann den Markt schafft, da drüber hier zu gehen, das ist für mich okay. Und wenn nicht, dann habe ich nicht mehr zumindest mal Gasindepot mehr in Gefahr gebracht. Gehen wir jetzt auf die Details bitte. Und das ist, was wir letzte Woche am Sonntag gesprochen haben. Also ich habe gesagt, dass ich eine Hedge Position über Wochenende hier behalten habe. Und ihr seht ja, immer wieder sage ich, wo es hedgen soll, wo wird wieder Hedge Position. Weil es in diesem Markt einfach Achtsamkeit absolut geboten ist. Wie gesagt, so wie es schön immer nach oben geht. Also wenn das halt eben der Boden unter die Füße bricht, dann wird es auch mal brechen. Also wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, Hedge Position bis zum Bereich 18.450 hält es hier, wird weiterhin nach oben gehen. Das ist der kurzfristige Boden. Der Markt lässt ja für mich, für dich und für alle gar keinen Zweifel. Also wichtig ist vorher zu wissen und zu wissen, wo das ist. Und ihr seht ja wieder in Präzision einfach mal in diesem Bereich gehalten. Also kannst du ja auch mit minimalsten, und das ist ja, was ich sagen wollte, ich habe an allen meinen Positionen, die ich in der letzten Zeit eingegangen habe, Ob es wirklich November 23, Oktober 22, Januar 24, jegliche Long, die ich eingegangen bin, die haben alle minimalste Risiko gehabt zu diesem maximalen Erfolg. Immer wieder als ich der Trader bin ich reingegangen, Absicht gehabt, den groß werden zu lassen, spekulativ und konservativ gemacht und immer wieder die Spekulativen dann verwaltet und die Konservativen sind dabei geblieben und der Po eben hat davon profitiert. So, das ist, was ein Unternehmer oder ein Selbstständiger haben muss und kennen muss und nicht ständig in einem, ich muss ja hier und ich muss ja da. Als ich der Trader, wenn man Gas rein und raus geben will, wie ich gesagt habe, dass ich den Long raus nehme, dann seht ihr, dass man nicht im Wochenende mit absolut Long lästiges Depot einfach mal ins Wochenende gehen muss, wenn es sowieso nicht so ein tolles Gefühl habe dabei, aber Montagmorgen, da wo zumindest mal nach meinem System der wichtige Punkt war, auf dem Punkt wirklich hält und der Markt hat hier einen wunderbaren Longzeichen gegeben im Bereich 18.570, oft angehalten, keine Reaktion, ich habe keine Glaskugel, was am nächsten Tag alles passiert, also ich kann sowas ja zumindest mal sagen und was der Markt, wie der Markt dahin kommt, weiß ich nicht, dafür muss ich halt eben ein bisschen dabei sein, als Sicht der Trader, als Sicht der Swing, hier Position eingehen, Position verwalten, nach ein paar Minuten danach war eigentlich die Entscheidung, hat der Markt von uns weggenommen, dann war die Verwaltung, alles andere kann in einem Swing gehen, also so viel zu spekulativ und zu einem Swing oder spekulativ und dann eine riesen Position seit eben Oktober 22 oder 23. So, es ist alles gleiche Methode, keinen Unterschied, wirklich keinen Unterschied und wenn das kennst und das weißt, dann ist das wunderbar. So, wir haben, ich habe hier nur mich zum Beispiel mit dem Story gemeldet, immer wieder in diesem Bereich, habe ich gesagt, für den heutigen Tag, würde ich meine Position dann wieder rausnehmen, habe ich auch per Charts gezeigt in der Story, Pipapo, was auch immer und der Markt ist dann schlussendlich nicht mehr unter die 18.600 gegangen, gegangen, das haben wir diesen Bereich auch mit meinen Absolventen in der 3-Stunden-Strategie-Call über alles besprochen, vor allem, das ist eine Perfektion, auch für die Short, auch wenn das für dich dann wenig vorkommt, aber es war perfekte, saubere Technik mit fast keinem Risiko, das hätte man wunderbar nehmen können, ordentliche Cashflow und vor allem, was das sehr, sehr wichtig ist, in der Korrektur hinterher zu bleiben, ein bisschen zu schauen, ein bisschen nachvollziehen zu können, genauso wie hier, auch da einen astreinen Long-Einstieg gegeben, mit wirklich 0,Josef-Risiko, wirklich kaum Risiko und das können die, zumindest mal meine Absolventen, die das hier mithören und an diesem Dienstag in der Strategie-Call dabei waren, ordentlich nachvollziehen. So, das ist dann seit gestern das, was ich gesagt habe, in diesem Bereich, habe ich meine Position glattgestellt, sowie auch noch, also glattgestellt von 14.666, beziehungsweise für euch 14.700 in DAX Future seit November 23. So, wir haben jetzt in der kurzfristigen Zeit, wie gesagt, es ist ja Feiertagen, es muss ein bisschen aufpassen, bitte, weil nach wie vor bleibt auf Daily Basis diesen Bereich, der ich jetzt grün gemacht habe, für mich sehr, 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 sehr wichtig im Bereich, den Bruch vom Bereich 18.630, 18.600, also genau, dieser grünen Bereich, wird für mich die erste Achtung ab jetzt wieder, genauso wie Sonntag-Update letzte Woche andersrum, jetzt wird es Achtung geben und wird Achtung bedeutet, dass da wieder in diesem Bereich und wie ich gesagt habe, der maximale, der für mich dann wirklich nach wie vor, ja, dass wir vor ein paar Tagen nach dem Verfall besprochen haben. Okay, also das heißt, für mich ist das aus kurzfristiger Sicht, habe ich mir denn graue Haare, also graue Haare gewonnen dazu, will ich einfach mal meinen Lorm als diesen Bereich nicht halten, mit Stolz habe ich euch dokumentiert, mit Stolz habe ich jeden Kontoauszug, jede Entwicklung hier gezeigt, jeden Einstieg, jede Betreuung, jede bis wohin jetzt und darunter nicht und so weiter und so fort, also ich hoffe, dass wirklich viele von euch davon profitieren können, ob ihr Trader seid oder Investor seid, wie gesagt, spielt ja keine Rolle, können auf jeden Fall alle mitgenommen haben. Wie gesagt, nach unten haben wir die Gefahren besprochen, nach oben die Chance, wie ich letzte Woche auch im Sonntag gesagt habe, hält der Boden, kann darüber immer noch skalieren, immer noch skalieren. Für mich ist diese Bereiche wirklich langsam und ganz sicher macht es keinen Spaß mehr, einfach mit überlästigen, also longlästigen Depots ins Feiertage zu gehen. Sollte ein Gap Up sein, wir dürfen immer noch den Bereich 18.830 bis 18.900 auf jeden Fall ansteuern. Es ist hintereinander hier, für mich nach meinem System Mauer und ich sage es mal so, auf der kurzfristigen Sicht, das was ich mitgenommen habe mit Ansage, es reicht, die ganzen Rest können die anderen wirklich sich darauf freuen, ich muss nicht in einen Gap Down reinkommen, das wird mir zumindest mal persönlich keinen Spaß machen, die Position gehätscht ist es und die 11.800 Position macht mir keinen Kummer, sollte mehr sich entwickeln, ist in Ordnung. Die Wahrscheinlichkeit wird verdammt klein, dennoch, es ist immer da, solange, wie ich gesagt habe, der Boden hält, also die kleinen Boden halten, ist alles okay. Sollte diesen eins nach dem anderen den Boden brechen, dann sind wir auch nochmal ratzfatz, tut schon wieder weh, weil ich mir schon seit letzter Woche wieder ein paar hundert Punkte gegen mich laufen gelassen habe, das macht für mich persönlich keinen Spaß, auch wenn ich Investorin bin, bin auch noch in Herzen und sehr gerne Trader. Nasdaq ist unverändert wie letzte Woche, also muss ich Nasdaq nicht erwähnen, wie gesagt, die Positionen auch von Anfang Januar 2023, die habe ich massivst gelohnt, diesem massiven Lohn bin ich 18.700, ganz kurz kann ich euch zeigen, 18.700 habe ich massivst die Positionen reduziert, also vorher habe ich auch reduziert gehabt, aber die alle, ich zeige es auf diesem Chart, die ihr kennt, alle, die ich hier im November 29.10. gemacht habe, die Positionen, die ich rede, geht es darum, das sind alles noch in diesem Chart vorhanden, Ich liebe es, immer mal mit alten Charts zu arbeiten und kann ja nachvollziehen. Ich habe alle diese Dinge mit euch besprochen und ich bin total stolz und das sind schöne Erinnerungen in diesen Charts. Okay, also diese Position, wie gesagt, massivst reduziert, habe ich schon hier alles angekündigt, denn allerletzt habe ich auf 18.700 wirklich von November 23 und von Januar 23 massiv Gewinne mitgenommen, also das heißt, gehedged, habe ich auch mitgeteilt im letzten Sonntag, also der Markt kann gehen, wo er will, ich kann nur noch wirklich, ja, gewinnen. Und im Sinne, ich hoffe, dass ihr alle einen super schönen Feiertag habt, ich komme in den nächsten Tagen auf jeden Fall mit auch ein paar Aktienkaufempfehlungen, also zumindest mal, die ich gekauft habe, meinen Apple Short habe ich reduziert, habe ich aber auch im Story genannt, ebenso der Tesla Short habe ich genauso auch verwaltet und werde ich auch noch, ich habe ein bisschen kurz, ein bisschen letzte Woche den Paypal gekauft und bin ich super froh, super reingekommen. Aber darüber reden wir in dem nächsten Update. Alles, alles Liebe, passt auf euch auf, schöne Feiertage, eure Nasilla.